So Leute, herzlich willkommen hier bei Requisitenjagd. Wir nehmen natürlich den Schneemann. Eigentlich ist das total dumm, dass wir den nehmen, aber egal. Requisiten-Tar-Dingsbums hier, Requisitenjagd auf Raidfesttag. Heute ist Weihnachten, Leute. Frohe Weihnachten. Der Ninja ist mit dabei. Warum höre ich ihn nicht? I don't know. Wir gucken gleich mal. Okay. Muss mich gut verstecken. Ich kann, ich kann nicht. Okay. Tim, aka Ninja, ist mit dabei. Okay. Ihr wisst nicht, wie lange wir dafür gebraucht haben, hier auf dieser Map spielen zu können. Okay. Okay, wir müssen ein bisschen gucken. Ja. Ah, bist du... Jetzt? Shut the fuck! What the fuck? Hat die Schnauze, Alter. Was will er denn? Warte mal, ich muss... Guck mal, du bist der Lupe, ja. Hat die Schnauze halt... So, jetzt, jetzt, jetzt höre ich dich. Irgendwie war der Sprachsched bei mir. Next Whistle in 10 seconds. Nichts gut. Tö. Ja. Schreibt der komische Bank nicht da an, Alter. Rennen. Okay. Mal sehen. Ey, das ist so geil. Ich hab dir, dieses Spot, den kennen kaum jemand, aber ich bin mal gespannt, ob ich diesmal entdeckt werde. Next Whistle in 10 seconds. Jetzt. Halte. Ah, Hilfe, ich hab Angst. Er holt mich gleich. Okay, ich kann abhauen. Ah, der Idiot. Nein. Nein. Next Whistle in 10 seconds. Nein. Ich seh dich. Nein. Nein. Gucken wir mal hinzu. Scheiße. Schön. Wo bin ich jetzt? Wer ist das? Ah, du bist da. Was? Was ist das? Oh, der hat... Der hat dich doch gesehen. Safe. Hast ein Bot, oder? Hä? Digga, was ist das für ein Versteck? Okay. Mülltonne, auch in Ordnung. Ah, eine Bank. Okay. Hörst du mich noch? Next Whistle in 10 seconds. Ah, kann ich jetzt nicht mehr mit ihm reden? Ja, warum ist das schon wieder... Okay, keine Ahnung, was mit dem... I don't know, Leute. Okay. Next Whistle in 10 seconds. Ah, okay, jetzt... Ich höre dich leider nicht mehr. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, was da los ist mit dem... Was sagst du zu meinem Spot? Ja, mega krass, Alter. Was ist das denn? Der eine hatte dich doch safe gesehen. Ich will dir nicht. Ich will dir nicht. Was ist... No, Mann. Was will der mit seiner Mutter, Mann? Ja, sauber. So muss das sein. Krass. Okay. Ich nehme mal die M13. Jetzt ist der Sprachschild wieder weg. Okay, Leute, heute nur Probleme hier. In CUD Mobile. Ja, wir warten. Was geht bei euch heute zu Weihnachten so? Erzähl doch mal, was gibt es zu essen? Wo seid ihr? Spielt ihr CUD Mobile? Also heute? Okay. Warum geht das immer einfach aus? Die Mikrofon. Digga, laber mich nicht voll mit deiner Scheiße. Was für ein Idiot, Alter. Oh, ich habe hier irgendwo... Oh, Digga, ich muss die ausstellen. Red deutsch oder was? Voll Idiot. So, aber dich höre ich, glaube ich, noch. Die waren doch hier safe. Das ist so stupid. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Was ist denn heute eigentlich mit dem Sprachchat los? Der macht einfach, was er will. Was willst du denn, Beluga? Was willst du denn, Beluga? Digga. Oh, weh. Ich habe einen, ich habe einen. Okay, lassen Sie, ich lasse mich jetzt... Soll ich mich nicht voll haben. Hey, Digga, ich sehe keinen. Ich habe einen. Vielleicht auf deinem Spot hast du da schon mal... Junge, was ist ein Spot da oben, Alter? Ja, richtig assi. Okay. Irgendwo hier ist noch einer. Ja, hier ist voll. Nee, okay. Ich würde es freuen, direkt von hier. Ja, okay. Ja, ja, ja. Watch her, watch her, dad. Irgendwo da hinten, wo sind die denn? Ah, ha. Den nächsten habe ich. Okay. Es sind immer noch drei Requisiten. Ah, schöner Schnee. Liegt bei euch Schnee? Nee, nicht mehr. Bei uns null. Oh, ich habe einen Täuschkörper. Pflanze. Pflanze. Ist so eine scheiß Pflanze. Mit, äh, Topf oder ohne? Äh, ohne. Oh, hier unten. Ich habe einen, ich habe die Pflanze. Ach, und das will ich mir sehen. Was ein Wichser. Da bist du. So, du kommst mir nicht. Aulde. Der überlebt auch noch. Hör auf. Jetzt habe ich ihn. Sauber. Ich glaube, ich bin auf dem ersten. So. Aufgeräumt hier. Jetzt Weihnachten sehen wir. Ich finde leider keinen. Ich habe, glaube ich, drei, wenn ich jetzt was nicht gezählt habe. Jawohl. So muss das laufen, Leute. Natürlich nicht mit dem Sprach-Chat-Scheiß. Okay. Erster Platz. Jawohl. Applaudiert, bitte. Ja, ein bisschen Party, Party. Sehr schön. Liked. Like keiner, weil dir meine Mutter beleidigt. Oder was auch immer. Okay. Muss ich sagen. So. Say hi to YouTube, my friend. Jetzt ist es zu spät. Schade. Was ist mit dem Sprach-Chat auch schon wieder los? Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles gut, ich muss jetzt auf. Jo, alles klar. So, warte, warte, warte. Erst mal. Also, Leute. Frohe Weihnachten und so einen Scheiß. Tschüss. Tschüss.